Ich muss sagen, ich habe eine Methode gefunden und trainiert, wie ich das Gehzeug super gut anziehen kann, ohne dass ich mich in den Leinen verwuschle. Ich nehme das Gehzeug so, mache das so nach vorne. Und schon habe ich es angezogen. Jetzt nutze ich nur noch diese Schnallen zu machen, die ich nummeriert habe. Bekleidet gut jetzt. Ich kann mich in die Initiative sehr gut schaufeln.